Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 14.02.2024 und unser DAX setzt seine Faschings Warriors mal fort und verkleidet sich doch etwas grimmiger als Joker und verbrennt hier Kohle. Er hat jetzt nach unten herausgefiltert, wir hatten gestern ausgiebig hergeleitet, dass die reine Bewegung so wie sie stand, nicht zwangsweise bärisch oder negativ auch zu werten wäre. Ja, wenn unser DAX einfach sich wieder hochdrückt und nach oben arbeitet, dass er dann locker weiter hochwegstimmen hätte können, auch insbesondere wenn er über 17.35 gehen sollte. Das Einzige, was er machen sollte, war über 17.000 nach oben zu drücken. So, ich denke von Beginn an habt ihr klar sehen können, dass der nicht nach oben getrieben hat, auch war wirklich sichtbar von der ersten Minute an, dass der ein bisschen anders drauf war an den Tag und hier auch mal wieder, muss man ja mal sagen, mal wirklich schöne Bewegung geliefert hat. Wir hatten gestern gesagt, dass die untere Kante für mich auf die 9.60 nun rutscht und er sich unter 9.60 wieder platzt zu 8.60. Ne, bis zu 9.60, 8.60 und 8.100 aufmachen würde, ne, so haben wir es gestern gesagt, glaube ich, ne, dass er dann die Aufwärtsbewegung hier erwirkt und dann quasi das wieder nach unten sich frei macht und genau, 9.60, 8.60 und 8.100 frei macht, so hieß es gestern. Das haben wir abgearbeitet, sind hier unten jetzt auch ins Ziel gelaufen, haben sowohl Trendlinie als auch die letzten Tiefs angelaufen, von dort auch bereits deutlicher reagiert, wird es ihm natürlich nur noch einfach machen, jetzt hier wieder aufzudrehen und das zu kontern. Wir handhaben das ja jeden Tag letztendlich so, ne, dass wir letztendlich einen Bereich festlegen, über dem der Markt eher eine Tendenz nach oben bekommt, einen Bereich, wo wir auch sagen, hey, da Vorsicht, eher vielleicht nach unten orientieren. Sondern, ähm, so ein Tag wie der hier, der zeigt es eigentlich, dass es immer wieder gut ist, so zu agieren, ja, und sich nicht zu fest für irgendeine Meinung festzurennen und das möchte ich auch als Anlass nehmen, hier jetzt vielleicht nicht zu sehr auf der Shortflinte jetzt mit aufzuspringen und sich hier jetzt schon auszumalen, wie geil denn der irgendwo fallen wird, weil er hat oft die letzten Tage, Wochen hier immer mal wieder irgendwas nach unten rausgestellt und dann am nächsten Tag die Hälfte davon schon wieder ausgeglichen und einen Tag später stand er schon wieder höher. Also, da wäre ich noch vorsichtig, jetzt hier schon zu viel rein zu interpretieren, aber ich muss auch sagen, die Art, wie er gefallen ist, die eignet sich durchaus da auch mehr an Strecke rauszuholen. Also, das muss man ganz klar sagen, so wie er gefallen ist vom reinen Bewegungsabbild, von den untergeordneten Strukturen, kann da durchaus mehr draus werden. Deswegen können wir vielleicht damit anfangen, dass wir sagen, wohin fällt er denn, wenn er weiterfällt. Sollte er die letzten Tiefs aufgeben und da reden wir wirklich alles, was hier bis 25.01. angefallen ist, würde ich davon ausgehen, dass der hier unten ins Gap reinnagelt, die 6.60 zu macht, vielleicht ein bisschen tiefer stehe ich, da hat er Platz bis 600 und dann vielleicht von dort sogar schon erstmal wieder zurückkommt. Sollte er auch unter 600 fallen, müsste man davon ausgehen, dass diese Trendlinie hier, die da unten anlaufen wird. Da reden wir dann schon wieder über fast Ziele um 300, 350. Ja, warte mal, ich muss mal den Magneten ausmachen oder so passt das. Ja, also würde ich wirklich denken, dass er sich dann bis 365, hier unten die Kante vielleicht noch ein bisschen beachten, um 4.60. Na, so dass man sagen kann, unter 600 bekommt er einen Touch. Wir sehen auch hier von den letzten Tiefs, da ist dann einfach nicht mehr viel an Support. Ja, da haben wir hier bei 5.10 noch einen Support, dann im Bereich um 4.60. Und dann geht das wirklich schon unter die 400 bis in die 360 rein. Ja, Punkt, 360 rein, 350, 360. Das wären die Möglichkeiten, wenn er uns weiter nach unten arbeitet und zum Vorfalltiefe abgerechnen soll. Wartet, ich mache noch meinen falschen Check. Tut er das aber nicht, würde ich davon ausgehen, dass er sich jetzt hier einfach wieder, so ähnlich wie wir das jetzt hier die ganzen letzten Male gesehen haben, einfach so wieder ein bisschen nach oben hangeln und in die Bewegung wieder so zurücklaufen. Ja, wird das vielleicht sogar so anstellen, dass man, dass er hier so eine erste Bewegung irgendwie so in die neuen, ja, vielleicht sogar 900 bis 950 im breitesten, 940 vielleicht sogar nur, ja, 900 bis 940 reingeht, dort versiegt, zurückklickert und am nächsten Tag dann nochmal oben raus sticht. Ähm, so wäre meine positive Erwartungshaltung. Das heißt, auch wenn er jetzt schön nach unten angelaufen ist und auch wenn er mal ein bisschen überrascht hat auf der Unterseite, bestimmt den einen oder anderen auch aus der Reserve rausgelockt hat, ähm, ist er ja trotzdem noch immer in dieser Seitwärtsspanne, noch immer in dieser Range und, äh, per se ist, äh, noch nicht akut gefährdet, das muss man schon so sagen, ja. Ähm, das heißt, er hat, stand hier auch noch relativ leichte Chancen, das auch unmittelbar direkt wieder auszukontern, ohne sich hier gravierend ein Bein zu brechen, ohne sich hier irgendwie was auszureißen. Ähm, die übergeordnete Aufwärtssendenz bleibt ja noch bestehen, die ist ja noch immer intakt, ja, das muss man auch so festhalten, ja, auch von, von dem Bewegungsbild könnte das ja auch ein in sich geschlossenes, komplettes Muster sein. Und dann wird jetzt wirklich wichtig, wie verhält er sich denn jetzt am Mittwoch, wie geht er hier mit den neuen Tiefs um, nimmt er die Tiefs genauso gut an, wie er jetzt zum Dienstag neue Tiefs angenommen hat, deshalb muss man, der hat das, der ist wirklich schön gelaufen, ne, der hat die Stationen aller Astreihen angelaufen, egal welches Niveau erreicht wurde, der hat immer wichtige kleine Zwischenziele angelaufen, ist dann wieder zurückgekommen, hat sich dann an, ich glaube, außer der Move hier, der war ein bisschen zu früh weggedreht, aber hat sich immer wieder an wichtigen Stellen auch wieder nach unten weggedreht, neue Tiefs wieder bis ins nächste Zielreihen wieder zurück, also auch wenn ich überlege, was wir heute im Premium an Marken und Zielbewegung rumgeschickt haben, das hat er eigentlich schön, das hat wirklich gut gegriffen hier, das hat er direkt angenommen, auch auf die 9,60 hier, da hat man auch gesagt, von 9,60 auf neue Tiefs, dann macht er weiter, also das hat schon gut gepasst, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Weiß ich gar nicht mehr, ich wollte wahrscheinlich sagen, genau, genau, wenn er hier unten, das Tief nämlich annimmt, einen flachen Rücklauflauf, so wie er das jetzt eben am Dienstag gemacht hat, hat er gutes Potenzial weiterzugehen, das habe ich, glaube ich, eingangs in der Analyse auch gesagt, die Art und Weise, wie er gefallen ist, die hätte Potenzial für mehr, das muss man hier ganz klar so sagen, ja, ich würde aber dennoch, wenn der anfängt, nach oben zu drücken, wirklich eklische Fantasie sofort wieder streichen, dass das jetzt hier eine richtig geile Rutsche wird, die jetzt ein paar Tage und ein paar Wochen mal anhält, ja, wenn der einfach nur wieder nach oben drückt, dann ist es scheißegal, dann geht er halt nach oben, dann suchen wir uns die Punkte oben raus, ja, und das ist wirklich eine Haltung, die ich immer wieder vertrete und verfechte, dass man sich im Grunde jeden Tag hinsetzen muss und sagen muss, mir ist das kackegal, ob er steigt oder fällt, ich versuche mir meine Punkte zu holen, ja, und die meisten, die werden einfach emotional, die wollen unbedingt, dass das, was sie sehen, dass das, was sie haben, dass das eintritt, ja, also die einen, die sind dann short, die anderen sind long, sagen, das geht eher oben raus und dann dreht der Markt nach unten und dann verkampfen sie so in der Bewegung und handeln dann die ganze Zeit eigentlich gegen die Bewegung, weil sie es ja andersrum haben wollen und das geht dann immer in die Hose. Wenn man sich hinstellt und sagt, das ist mir egal, ja, wenn er über 37 long rausgeht, dann gehe ich long mit, wenn er sich unten raus macht, dann gucke ich vielleicht nach einem short, ist man viel offener immer für diese Bewegung und es fällt einem viel leichter in der Tagesbewegung dann eben auch was mitzunehmen, ja, weil das ist ja auch immer nur eine Analyse für den nächsten Tag, ja, wenn man das Ganze auf einer höheren Ebene für längere Positionen praktizieren will, dann müsste man halt auf Wochenebene, Monatschart-Ebenen analysieren, das machen wir ja bei uns auch im Premium-Dienst, in den Webinaren immer, aber das wäre so für diese Tagesanalyse auch gar nicht geeignet, ja. Also, Fakt ist, drückt er nach oben, ich traue ihm voll zu, dass er wieder in die 900 zurückläuft, ja, ohne Probleme, weil jetzt trifft einfach das Muster der letzten Tage vollkommen und schiebt er sich noch drunter, gucke ich mir sehr, sehr, sehr genau an, was er an dem neuen Tief macht, nimmt das an oder nicht und dann sind 37 hier die Gap-Kante und 660, 660 halt, ne, also, da, die Marke, die habe ich schon tausendmal jetzt in den Mund genommen die letzten Wochen, die könnte auch mal closen, aber das wäre auch mal interessant, ja, dann wäre das Ding vom Tisch und dann könnte man sich von hier unten vielleicht einen Rücklauf von da unten dann an die 780 ran, 790 ran, 800 ran, 660, da wieder hoch, wobei ich nicht glaube, dass der 660 genau trifft, also der wird bestimmt ein bisschen überreißen, weil der unten dann schneller wird, ja, also 6, ich sag mal so 630, 660, irgendwie so in dem Drehraum wieder hoch an die 800, das wäre eigentlich der interessanteste Move, den er bringen kann jetzt im Wochenverlauf, da einmal oben dran und dann würde er sich hier entscheiden, geht er wieder oben rein zurück, aha, dann wäre das positiv, dann kann er auch wieder 17.000 lassen oder er stößt sich dann von hier ab und läuft weiter runter und dann kriegt er wirklich noch von 10 bis 300, aber dafür muss er auch erstmal jetzt hier unten durch die Tiefs, na, wenn er jetzt einfach nur nach oben treibt, ich würde machen lassen, dann soll er eben wieder zurück an seine 900, soll er wieder zurück an die 17.000, soll er nächste Woche wieder ein neues Allzeithoch machen, dann ist es halt so, ne, kann man auch seine Punkte holen, kann man auch ein bisschen Geld mitverdienen, muss halt bloß offen für die jeweilige Variante sein, ganz egal, was man glaubt, wie man die Wirtschaft einordnet, pups egal, ja, einfach versuchen, das zu handeln, was man sieht, diese Signalgeber, die Punkte, die wichtigen Bereiche einfach ein bisschen beachten und ich glaube, dann kommt man hier ganz gut über die Runden. Ich wünsche euch damit viel Erfolg für den Mittwoch, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.